3D und Full HD. Sag mal, bist du verrückt? Ich dachte, du freust dich. Nein, tu ich nicht. Du kannst doch nicht einfach unser Geld zum Fenster rausschmeißen. Ich glaube nicht, dass du dafür noch Geld kriegst. Was war das? Ach, ihr seid das. Ich dachte schon, wir haben irgendwelche Ratten auf dem Dachboden. Ständig höre ich irgendein komisches Kratzen. Wenn du nicht wärst, dann wären wir doch schon längst an der Nordsee. Jesse, das ist doch wahr. Riki, ich rede davon, dass mein Sohn jetzt nicht da drin sein Leben kennt. Du wirst bitte, wenn er sich endlich übernimmt. Versprichst du mir das Max-Juwelein? Ich habe diese Situation mit meinem Verhalten darauf beschworen. So wie es bisher war, geht es nicht weiter. Ich trage jetzt auch die Verantwortung für meine neue Familie. Und deshalb treffe ich jetzt eine Entscheidung.